So, aber die Frage bleibt, ja wir müssen wahrscheinlich Erz, äh, wir müssen wahrscheinlich seine Quests machen, ne, für irgendwas. Ja, ja, denk ich mal. Irgendein Schmelzofen oder irgendwie, keine Ahnung. Was haben wir denn da oben? Erobere die Wildnis zurück für die Jägerin, den Höhleneingang, Notizen der Jägerin und Elixier für alle. Und noch ein Test der Fähigkeiten. Ich geh mal kurz zum Tagebuch. Die Jägerin. Okay, das hier ist auch alles die Jägerin, glaub ich. Erobere die Wildnis zurück. Ist für, äh, die Bäuerin, okay. Ja, wir sollten die Quests alle machen, Tobi. Das, das sollten wir alles machen. So, ich mach mal kurz mal eben. Äh, warte. Ich mach mal, oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft ja sehr gut. So. Ich mach mal eben auch mal einen Rucksack. Ja. So. Es fällt mir leichter, mich zu orientieren, wo was ist, wenn das auf die Häuser aufgeteilt ist, als dass wir alles nebeneinander bauen, irgendwie. Ja. Fühl ich. Hast du grad gegessen? Oh. Nee. Oh geil. Oh geil. Oh, diese extra Leiste, Tobi. Ohoho. Ich bin so glücklich. Ja, voll geil, ne? Oh. Und sie wird genauso schnell vollgeschissen sein, wie die vorherige. Ja, sicherlich, Tobi. Das stimmt auf jeden Fall. Oh, wie schön. So, rein da. Okay, den Garn, rein da. Okay, ähm. Ja, eigentlich sind wir ready, ne? Was war das denn? Ja. Ich hab mal ne Flasche hingestellt. Achso. So, Kamille. Ja, wir müssen auch anbauen hier. Das ist, das ist ein Problem, das wir nur ein Problem müssen. Ja, ja, ja. Geht aber erst am 1. April. Kamillensetzling. Fünf Stück haben wir schon. Und dann bräuchten wir hier draußen irgendwo Felder. Ich weiß noch nicht genau wo, vielleicht einfach hier. Wobei, nee, wenn hier noch der Dingens hinkommt, der Schreiner. Wäre schön, wenn man die Felder einfach hier so hinbauen könnte. Naja. Okay, lassen wir mal machen. Und dann würde ich sagen, wir wollen wir hier in den Norden schnell reisen. Äh, da wo wir vorhin auch waren. Genau, genau, genau. Hopp. Toto, gehen wir mal hin, was? Fertig, wo bist du denn? So. Ein Träumchen. Nice. Lass uns mal ganz kurz erstmal die erste kleine Quest machen. Die hier unten, Test der Fähigkeiten. Ist hier schon mal weg. Dornenfeste, Distelsamen. Dyatwin. Okay, da waren wir aber schon, ne? Dornenfeste, ja. Da müssten wir quasi in die Richtung. Sehe ich richtig, ne? Ja, sieht gut aus. Müssen wir da irgendwo lang. Ich follow you. Yes, thank you. I'm coming with you. Vorsicht, da ist scheiße überall. Oh, hey. Hallo, hat's er schon am Schuh? Endlich. Ah. Alter. Okay, ich mache ein bisschen mehr Damage als vorher. Das, äh, ja. Minimal als vielleicht. Uh, das Upgraden lohnt sich schon ein bisschen. Ist das eine Höhle? Doch, die ist eine Höhle, Tobi. Oha, reine Ah, geil. Ah, ein Durchgang. Eine Höhenpa... Oha, kann man die Pilze sammeln? Jaha. Oh ja. Ich glaube, die haben wir schon. Ich habe den gegessen. Ich hätte eine Fackel machen sollen. Ich habe eine Fackel, hey. Geil, Tobi. Höh. Oh Gott. Du, die letzte Worte. Ich habe eine Fackel. Das ist ein Wildschwein, glaube ich. Oh. Hier, ich leuchte. Oh, warte. Oh, okay. Mit zwei Dingen kann ich nicht so gut blocken. Oh. Aber da hast du kein Licht mehr. Ja, ja, ja. Oh, die Wildschweine sind so nervig, ne? Die sind so nervig einfach. In jedem Game aber halt irgendwie auch, ne? So, komm mal. Ich höre dir wahrscheinlich. So. Blocken und reinholzen. Blocken und reinholzen. Ich sollte gar nicht rumspringen eigentlich. Ich. Oh. Penis. Guten Tag. Ohröööö. Ja. Ich habe last of us, Cosplay. Ist wieder so weit. So. Mach mal das Giftsäckchen mit. Den habe ich auch mal mit. Hier ist gar nichts. Ist ja gar nichts. Gar nichts. Nö. Wie nicht. Okay. Oh gut, das war jetzt nicht so viel. Ich bin jetzt ein bisschen Kupfer, aber... Oh, mein Gott. Später bestimmt voll geil und ich freue mich mega darüber. Gibt es irgendwie geilere Orte, wo man das abbauen kann? Oh. Oh. So. Die feuchten Pilze nehme ich mal mit. Pilze. Feuchten Pilze. Willst du meine feuchten Pilze? Äh. Nein, auf gar keinen. Oh Gott. Ja, warte. Oh, ich bin Wildschwein. Guck mich da an. Ich sehe es nicht mal so gut. Das ist... Okay. Oh. Wer hat sich denn hier... Was für eine dumme Sau. Richtigal auch. Einfach mitten in der Höhle. Oh, hier ist ein Miasma-Block. Warte, da ist doch wieder... Noch ein Wildschwein. Das Geile ist, hier ist hell genug. An der Höhle. Ich habe... Oh, ein Wildschwein, geil. Ach, der hat mich von hinten gestunt. Ja, komm, 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 komm. Ja, außen, weh ich. Ich loote die mal durch. Die sind halt super schnell, diese Klingel. Die machen jetzt nicht mega viel Damage, aber die sind sauschnell. Okay, geil. Sag mal... Schon irgendwie cool. Ist das Müzeel einfach nur? Was ist das? Leuchtbewuchs. Oh, Leuchtbewuchs. Oh, wie geil. Oh, 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 oh. Leuchtblock bei Werkbank. Oh, nö, 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 nö. Bau gerne mit ab und schick mir alles ins Mintar, was du hast. Oh, ja, warte, warte, warte. Licht haben wir ja. Stimmt. Ich hoffe, ich kann damit unten was machen in der Lagerhalle. Warte mal, ich sollte dir vielleicht nicht unten den Boden wegschlagen, ne? Ist nicht so eine gute Idee. Da oben ist noch mehr Leuchtbewuchs. Okay. Geil. Gefahren in der Nähe. Ja, ja, gleich. Ich glaube, wir sind die Gefahren. Keine Zeit für so einen Scheiß. So. So. Erik Range aus Braunschweig wettet heute gegen das Publikum, dass er es schafft, mit einem Bagger den Leuchtbewuchs innerhalb von drei Minuten in der Höhle abzubauen. Tom Hanks, gehen Sie bei dieser Wette mit. Hast du dieses Video von Simplicissimus gesehen? Ja, ja, hab ich gesehen. Ach, war schon ein sehr unangenehm Teil. Es ist schon besser teilweise, glaube ich, gewesen, dass da wirklich jetzt, also. Ja, ja, nun. Das ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Boah, wie dieb geht denn das hier noch rein? How deep is your loch? How deep is your loch? How deep is your loch? Bitte? So, ein Südost 90ern. Achso. Ja. Gut, die 90er waren wild. Ja. Das stimmt. Wie tief ist dein Loch? So. So. Probierst du isst nebenbei was, ne? Ich will aber wissen, was es ist, damit ich dich wieder hassen kann. Vollmilch salted Karamellschokolade. Das ist doch einfach nicht wahr. Du strauch die. Das war in dem Snack-Paket, da kann ich auch nix fühlen. Voll geil. Weh, ich krieg das nicht auch von der One-Haut zum Geburtstag. Das ist Taktik, die wollen, dass ich fett werde und nie mehr aus dem Stuhl rauskomme. Dann muss ich immer streamen, egal was es ist. Clever. Und funktioniert's? Ja, wie Tobi, die wollen. Tobi, funktioniert's? Bist du doch schon. Ja, Erik, ich mach'n 24er heute. 24 Kilo bitte, ein Zoll Karamell. So, nochmal, war hier oben nicht noch was? Ach, da ist auch noch hier oben, ne? Da ist so ein Klumpen. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin, ne. Egal. Soll ich dir das mal rüber schicken? Wobei, wir haben ja noch Platz, wenn wir nicht verpassen. Ist egal, schick trotzdem rüber, wegen Space, einfach. Was denn? Ich schick dir das einfach kommentarlos, ich sag' da gar nix zu. Okay, Tobi, okay. Kommen wir jetzt wieder raus hier? Hä? Ah ja, hier war das Ding. Ich glaub' ich bin wieder der Main-Quest hinterher gerannt, nicht der Aktivierten. Aber hier links geht's auch noch rein, ne? Da waren wir noch nicht drin. Nee. Ah, hier ist der Kassel, okay, sehr gut. Okay. Und hier drüben? Ah, das ist Kupfer. Also müssen wir noch nach rechts. Eigentlich geil zum, äh, zum Farmen hier. Farmen? Wie das Farmen in der Kirche? Was denn, wir sind zwei Meter gegangen, noch kein Wildschwein, was ist denn hier los? Oh, wir sind da draußen. Okay, cool. Hallo? Hallo? Cool. Laufen wir noch Richtung Quest, ja, ne? Äh, ja, 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 ja. Wir müssen gleich rechts rüber. Okay, links ist ne Pflanze. Da ist ja so'n Typ. Ah, das ist ja so'n Horde von den Viechern. Vielleicht können wir sie ignorieren. Mach' gucken. Wir sind ja überall. Komm, wir laufen mal ein bisschen rechts auf die Wiese hier. Ja, ich hör' die Pfeile schon wieder fliegen, aber ist egal. Wir müssen eh hier lang. Oh, warte mal. Indigo-Pflanze. Oh, wir kriegen Besuch. Ah. Ja, okay. Scheiß auf den, oder? Aber der ist Hash. So, äh. Na, wow. Warum sind wir heute eigentlich immer unterwegs, wenn's dunkel ist? Ist schon gemein. Ich hab' keine Ahnung. Hä, jetzt müssen wir in die Richtung? Entschuldigung. Ah. Erik, hast du getrunken, gell? Äh. Wo ist das? Oh, was ist das? Das sieht aber gut aus. Wegpunkt erreicht, ja. Oh. Ich hab' maximale Ausdauer dazu bekommen. Äh. Alter. Verborgene Jagdgründe? Okay, okay, okay. Oh, wie ließ es gehen. Ach, der, die Erbauer wieder. Ja, ja, ja. Der Bauer hat ja wieder, äh, overtacted. So ein PC. Äh, lass mal kurz lesen. Unser Stern im Dunkeln, blendend zuletzt. Primitives Lebenselaxier extrahiert, verdünnt und alchemistisch bearbeitet. Verwandelt, verklärt. Geschmolzen und neugeboren. Umfassende Macht, die die Körper der Jüngsten in Glutal erfüllt. Sie verderbt. Wir haben versagt, geblendet von unserem Gleichmut. Wir sollten unseren Blick wieder gen Himmel richten, denn dieser leere Kern kann nicht mehr gerettet werden. Ich richt' meinen Blick mal rad gen Himmel. Oh, gut. Das... Ziemlich low, die Ansage von denen, ne? Mmh. Gibt's hier kein Bett? Ich glaube, man kann es nicht abbauen, Tobi. Mach mal kurz Licht. Mach mal kurz Licht. Oh, ich bin der heilige Geist. Oh. Ein Sacreleg. Oh, du hast mich befreit. Okay, gut. Ja, das... Äh, ja. Warum ist das hier so dunkel? Obelisk der Bauer, verborgene Jagdgründe. Also, die Quest haben wir fertig, ne? Also, die haben wir gemacht. War das die Quest? Ja. Das Ding hier? Ja, das war die Quest. Genau. Also, das war eine von denen. Okay. Okay, okay. Und jetzt könnten wir theoretisch wieder zurück schnell reisen. Oder wir können die Map aufdecken. Guck mal, hier ist noch alles dunkel. Ich glaube, hier ist es auch dauerhaft dunkel. Kann das sein? Nicht mal auf der Map haben wir ja noch alles... Wir haben ja alles nicht erkundigt. Also, links rum ist hier... Ja, aber ich glaube, hier wird es auch nicht hell, weil hier ist es halt immer dunkel irgendwie. Hm. Hm. Aber können wir machen, klar. Wir können mal ein bisschen nach Süden dackeln, bis wir dann irgendwann schnell reisen wieder. Ich wünsche nur, es wäre mal ein bisschen Licht hier. Ich habe leider keine Fackeln mitgenommen. Ähm. Oh. Oh, oh, hallo. Sie haben uns angegriffen. Jeder hat es gesehen. Tja. Da kann man nichts machen. Jetzt weiß ich, warum das verborgene Jagdgründe heißt. Verborgen sind die wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich irgendwo runtersegle. Ich sehe halt gar nichts mehr. Äh, es ist sehr dunkel. Ja. Sind bessere Fackeln auch heller, also leuchten die auch weiter? Eine gute Frage. Wir halten die nur länger. Eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Oh, meine Fackel ist tatsächlich auch nicht mehr die allerbeste. Okay, wollen wir später besser ausgerüstet erkunden gehen. Okay, wir kommen noch. So ein Viertel habe ich noch ungefähr. Und da gab es nicht auch Mais irgendwo? Oh. Für Popcorn? Tobi Nato betritt den Chat. So. Ist Tobi wirklich ein Mais durchfall gestorben? Wird nie alt. Das hat doch niemand wirklich gefragt damals. Doch, 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 doch. Nee. Ich schwöre es, Tobi, ich schwöre es. Wie kam das eigentlich damals mit dem Flur zustande? Mit dem was? Warst du das oder Fang? Mit dem was? Mit dem Flur? Mit dem Flur. Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Die Origin-Story liegt verborgen. Wir können Blühwürmchen sammeln, by the way. Oh ja, das stimmt auch. Tobias, Leck an meiner Mütze. Hm. So, schmeckt nach Huber-Bubber. Schmeckt. Schmeckt scheiße. Oh. Muss ich mal ganz kurz gucken. Aha, Stufe 13. Was habe ich denn gerade ausgerüstet? 7 Block, Stufe 8. 7 Block. 10 Block. Tobi, brauchst du einen neuen Schild? Willst du mir wieder deinen Ramsch geben? Nee, der ist gut. Wie viel macht der denn? Der hat 7 Block. 20 Parierkraft, 110, maximale Haltbarkeit. Ach ja. Ja, ich habe nur 3 hier. Also ich nehme den gerne. Ja, hier schenke ich dir. Das ist geil. Happy Birthday, Tobi. Hey, danke schön. Ich habe jetzt diesen hier. Der leuchtet nicht so schön, aber... Der hat noch ein bisschen mehr Block. Wo geht es denn da oben eigentlich hin? Gibt es hier irgendwo ein Bett vielleicht? Das wir uns mal hinlegen? Hast du eins gefunden? Nee. Oh, Bücher. Ja, aber die Sonne geht auf. Doch, Erik, ich habe eins gefunden. Oh. Klicke ich da mal hin, Erik. Alte Bücher, alte Bücher, alte Bücher. Oh, geil. Fülles Bett. Danke, Tobi. Du warst mir echt eine Hilfe. Guck mal, es wird hell. Ja, hat funktioniert. Nice, siehste. Oh. So. Ich nehme immer Honig und Wachs mit, wegen Honig. Äh, damit wir Popcorn machen können irgendwann. Aber, wir müssten eigentlich, was ist die Höhlenpassage, die neue? Wir müssten eigentlich, oh Gottes Willen, ich weiß noch nicht, wie wir das schaffen. Wir müssen irgendwo hier düsterdickicht warte. Da müssen wir irgendwo hin. Ins düsterdickicht. Oh, sag mal ganz kurz. Aber wir sollen doch auch, wir sollen doch auch zu der Notiz der Jägerin, oder? Oh, warte. Komm mal. Ich will gar nicht, hau ich die weg? Nicht sehr effektiv mit der Kleinen. Ich wollte gerade noch was probieren. Oh, ich habe einen Erdweg, okay, Erdwegblock, dem brauche ich. Okay, wollte nur mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Hm, naja. Ich dachte, ich kriege Farmerde, aber mal wieder kriege ich nichts. So. So. Du, star, dickig. Äh, Erik, guck mal hinter dir. Der Tobi wühlt im düsterdickicht, doch er findet seinen Dick nicht. Da ging die Wildschweine gleich viel schneller kaputt durch. So, lass uns mal weiterziehen. Entschuldigung. So, äh, ähm. So eine richtig schlechte Büttenrede einfach. Ich schreibe auch in euer Pussy-Album. So, ups. Nimmst die Blumen mit? Nee, ne? Okay. Ich weiß nicht, die abbringt XP, ne? Ja, ja, sogar 38. Okay, ist nice. 38 haben wir oder nicht haben wir? Dann nehme ich, dann gebe ich ihm noch ein Knicklicht. Auch schön. Na, Tobi, wie geht's denn sonst so? Ich möchte den Chat ja nun mal daran erinnern, dass es vorhin der Erik war, den ihr der Lüge besichtet habt. Hä, wie jetzt mit den alten Kamellen kommt? Hauptsache noch, ne? Toll, Tobi. So einer bist du also. Oh, hier waren wir letztes Mal, ich erinnere mich. Oder war ich nicht irgendwo diese komische Brücke? Ja, wir müssen irgendwie mitten rein, wenn ich das richtig sehe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass es vielleicht, wir können vielleicht auch außen rum, also vielleicht können wir auch links rum gehen. Ich denke, wir werden da schon rein müssen, ne? I don't know. Ich glaube, das ist so gemacht, dass man da durch muss. Alter, diese fucking Wildschwein, ne? Hä, Federmäuse? Au. Hat Batman getötet. Oh, Schnauze Wildschwein. Oh, hier fängt das Miasma schon an. Hm. Mir ist immer was passiert. Miasma hat ein Ei aus der Hose gefallen. Beim Wühlen im Dickicht, oder? Ja, als ich mal ein Dick gesucht habe. So. Oh, da stirbt irgendwas. Hä? Wahrscheinlich die Hoffnung der Zuschauer, dass wir noch was geregelt kriegen hier. Ich glaube, sie ist schon mal im zweiten Stream gestorben. Was ist das denn hier? RIP, wer hat sich das anguckt. RIP, wer hat sich das anguckt. Ja. Oh, hey, ach, Tobi. Richtig lost. Malaka. Oh, Esther Street. Ja, voll geil. Odyssey. Malaka. Cool, wir können ja mal rüber. Warum sterben die denn da vorne alle? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil die dumm sind. Warte mal. Oder sind wir dumm? Ah, ich sehe, was du vorhast. Warte. Ja, aber... Oh, es hat doch so halbwegs was geklappt. Ho, ho, ho. Tobi! Erik! Vorhin! Geh ohne mich weiter, mein Freund. Du musst es schaffen. Lebe für uns, Tobias. Soll ich da... Ich muss da jetzt wohl auch runterkommen, war? Nein, nein, geh rüber, geh rüber. Geh über die Brücke rüber, Tobi. Ich bin schon gleich am anderen Ende. Ach so. Oh, ja, ich... Oh. Ich warte hier, ne? Oder ist das... Das ist die falsche Seite, ne? Ich bin wieder auf der... Am Anfang, oder? Nee, ist die richtige Seite. Nee, ist die richtige Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Nee, du bist schon... Du bist schon richtig. Ich lass mich grad nochmal ganz kurz aufladen, weil... Mhm. Da vorne sind noch nette Herrschaften, ne? So. Aufladen. Ich habe nichts erwartet, bin trotzdem maßlos enttäuscht. Ja, weil du nichts erwartet hast und so viele geile Sachen bekommen hast hier. Das ist schon... Da wäre ich auch enttäuscht. Wenn ich nichts erwarten würde und würde dann überschüttet werden mit so viel Geilheit... Klar. Tobi? Ja, ja, hier sind noch welche. Ach so. Brauchst du Hilfe? Nö, ich mach halt nur langsam, weil die sind schon ganz schön... Oh, Alter. Der hat aber Multischuss, der Penner. Oh. Mhm. Oh, wie gern ich jetzt irgendein salty Karamell-Schokoladen-Krams von der One-Up essen würde, den sie mir geschickt hätten. Mhm. Na ja. Soll ich dir was geben? Aber hier ist ziemlich warm drin, dadurch ist sie schon ziemlich weich. So wie dein Po, Tobi. So wie mein Dick, den ich nicht finde. Ist ja auch ziemlich weich. So. Weich. Oh, guck mal, da sind wieder diese komischen, äh, diese, ne? Ich nehme die Erdbeeren mal wieder mit hier. Ich nehme die ganzen Blumen hier einfach mal mit, weil, scheiß drauf, die können wir zu Hause gut gebrauchen. Glaube ich. Ich will ein Erdbeerfeld haben. Ob was brauchen, spielt gar keine Rolle, aber ich will ein fucking Erdbeerfeld. Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Geil. So. Oh, okay. Oh. 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 Alles klar. Ich sehe schon. Meine Spitzhack ist fast gar... Gut. Ja, meine auch. Leider. Einen Moment. Ich bin, äh, gleich wieder da. Ähm. Hm. Uns ist allen klar, was ich vorhabe. Deine Spitzhack reparieren. Und alle Werkbank bauen. Flammgeschützter Bereich, ich sehe schon. Wir können immer schnell reisen, können die Blöcke holen. Voll geil. Und, was wir auch bauen können jetzt, glaube ich, ist, äh, doch bestimmt. Warte mal, wir brauchen auch noch den Schmied. Alles hochgebaut. Wir brauchen auch noch ein achtstöckiges Lager. Das sind unsere Äste, ne? Ich brauche ja Holz. Ach, davon kriege ich ja gar nichts. Okay, warte. Mal. Au. Diese Level 13 da unten mit dem goldenen Lebensbalken, die machen mir, also die sind ja schon ein bisschen, die machen mir ein bisschen Angst, ne? Hä? Aber die, Gold heißt doch, die greifen nicht an, oder? Waren das nicht die Friedfertigen? Glaube ich. Okay, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, die wären grün, aber gut, dann, okay. Ja. Oh ja, ich bin, ich bin dumm. Ich hätte die Flamme ein bisschen weiter wegbauen sollen, sonst respawnen die ja nicht. Das stimmt schon. Das war dumm. Ah, nee, das ist das falsche Holz hier, ne? Ja, das ist Rotholz. Hartholz. Ja, dumm. Das ist auch das falsche Holz. Hartholz brauchen wir nicht. Oh ja, geil, hier gibt's nur Hartholz. Ich glaube, das ist hier so, ja. Habe ich doch gerade eben normales Holz gefunden. Brauchst du normales? Kann man nicht aus Hartholz so ein Werkbau? Ne, geht nur, geht nur das. Soll ich mal zurückreisen und holen? Ja, warte, ich glaube hier, ich probiere mal hier nochmal ganz kurz. Weil wir können ja gleich wieder herreisen. Weißt du was, dann kann ich meine Waffen auch drüben reparieren eigentlich kurz. Eigentlich, ja. Eigentlich ist das, ja. Ja. Scheißdruf, BÄM! So. Achso, ich bin dumm. Ich wollte jetzt, äh, am Altar. So, warte, dann einmal kurz schnellreise, schnellreise ich. La, la, la. Hast du gerade geräuspert und dir wird was im Mund geschoben? Nein, ich habe, ich habe es nur auseinandergebrochen. Oh, Mann. Mein Herz bricht auch gerade auseinander, Tobi. Weil du dich mit uns teilen kannst. Obwohl du es natürlich willst. Ich würde dir was abgeben. Ja, na klar. So. Ähm. Ich packe die Blumen schon mal wieder rüber. Erdbeere. Ördbeere. Tschin, 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 tschin. Neue Geschmacksrichtung von, äh, Zigarre-Böhrig. Ördbeerig. Oh Gott. So. 30 Leuchtbewuchs. Tobi, was ist los? Wenn du das gerade so betont hast, keine Ahnung. Leuchtbewuchs. Leuchtbewuchs. So. Ist die Map größer als ein Pale World? Ich glaube, du kannst der Pale World viermal reinstecken. Die Map hier ist riesig. Also riesig. Die Erde kommt weg. 20 Pilze. Fünf Bücher. Ich weiß, wir haben die woanders wahrscheinlich. Aber, oh, ich habe noch einen Lachs. Lachs? Einen Phalachs. Einen Phalachs. Was sagst du jetzt so Lachs? Einen Phalachs habe ich, Tobi. Sag mal, hast du, haben wir hier irgendwo diese Schriftrollen? Diese Feuerschriftrollen oder sowas? Äh, ich glaube nicht. Ich habe, eine hat es mir mal gegeben. Die habe ich aus Versehen gezündet. Als ich, äh, mal, als ich die Krypte ausgehoben habe. Da habe ich die aus Versehen mal gezündet. Ich denke dann, dein Interesse an noch einer ist wahrscheinlich nicht allzu groß, ne? Na, geht so. So, löschen. Das kann ich auch löschen. Den hole ich nämlich mal mit. 20 rohes Wild. Warte. Was ist denn in Leuchtebewuchs hin? So, warte. Äh, in irgendeine Kiste. Ich weiß selber nicht mehr wo. So. Was ist denn eine Kiste? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020